Ich glaube, am Sarco kommen wir auch nicht vorbei. Ja, aber guck mal, wenn der da unten jetzt kämpft. Ja, aber nicht gegen nichts Großes. Gegen Dodo, wie lange soll der Kampf denn gehen? Ich spring jetzt mal auf den Stein, glaube ich. Wobei jetzt vielleicht nicht mehr. Nein, ich glaube auch. Okay, auf den Stein! Oh, ich bin drauf vorbeigesprungen. Auf welchen Stein willst du denn auf den da? Ach so. Geronimo! He 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 he! Er hat dich entdeckt. Ja, hab dich gesehen. Jo! Und wie er mich vor allem weggeschleudert hat. Lucky Zero hat mal wieder zugeschlagen. So! Ich will wissen, was das ist. Wie kommst du dir mit dem Flieh, ey? Ja, hier kann man herstellen... ...einen Bauplan. A strange highly advanced material... ...no meaning with energy. Aha, okay. So, und wie heilt mich die Pflanze jetzt? Keine Ahnung, wenn du da verstehst. Also, ich krieg richtig viel Leben dazu. Ach da, doch, ich seh jetzt grad den Buff. Okay, alles gut. Und irgendwie hat der Dino mich plötzlich in Ruhe gelassen. Keine Ahnung. Ja, die Aufmerksamkeitsspanne von ihm ist irgendwie sehr klein. Ja, ich glaub auch, ey. So. Okay, jetzt bist du tot übrigens. Der ist wieder auf dich zugelaufen gekommen. Nein. Lauf doch hierher zu mir, er hat dich noch nicht gesehen. Okay, komisch. Komisches Ding. Ähm. Was kann man hier machen? Zeig mal rein. Dafür braucht man die Edelsteine. Ah. Ball aus erstarrtem Gas. Mhm. Blauer Edelsteine ist klar. Elementerz, keine Ahnung. Grüner Edelsteine ist auch klar. Ladungsspeicher, äh, Speicher, keine Ahnung. Roter Edelstein habe ich auch noch nicht gesehen. Und was ist das? Ein Rohstoff. Hm. Okay. Das heißt, irgendwann brauchen wir den Rohstoff wahrscheinlich. Da ist direkt die nächste Maschine. Wir sagen wir bei uns keine. Naja, wahrscheinlich, weil das nicht einfach so zu haben ist in einem einfachen Gebiet. Davis ist jetzt, ist das Medium Gebiet, wo wir sind. Ja, naja und? Vielleicht ist in dem starken Gebiet dann auch ganz anderes Zeug. Ich sehe auf jeden Fall ein Raptor. Zwei Raptoren. Was machst du? Ich würde mich nie in dieses Kackgeräusch gewöhnen. Bist du auch da? Hier. Ich laufe dir hinterher, weil du meistens Glück hast. Dann bist du so Lucky Zero und so. So, können wir da gar nicht in die Maschine ran? Ja, wird das gleiche drin sein. Meinst du? Bin ich mir sicher. Ich hatte ja schon mal so eine Maschine oben auf dem Berg gesehen. Ja und? Und da war auch das gleiche drin? Ja. Hm. Das blöd. Lame. Aber hier sieht es irgendwie ganz anders aus. Guck mal, da ist blau. Gut. Ja, der Skopion hat mich gesehen. Der Skopion gerade, der auf sich zukommt. Oh, ich hab ihn ordentlich getriggert. Ja. Der mag dich jetzt ganz besonders gern. Das ist nur die Frage, wie ich an ihm vorbeikommen soll. Der ist sehr langsam, du kannst ja verlaufen. Oh, das geht aber scheinbar. So, ich denke wir haben uns jetzt verlaufen. Wo bist du? Ach da. Komm zu mir. Ich bin, alles gut. Alles gut. Ich hab ja gesehen, wo du hingelaufen bist, so ungefähr. Oh. Hier sieht es aber nach Metall aus. Wobei man kann wahrscheinlich die hier gar nicht abbauen, ne? Nee, bin ich wirklich. Au. Ah, nein. Ich bin gleich tot. Was? Skopion? Ja. Kann ich da nicht hoch? Nein, kann ich nicht. Das ist besser wie so ein eingesperrtes Tier. Oh, der ist jetzt auf mich fixiert. Warum? Aufmerksamkeitsspanner, keine Ahnung. Gib's gleich um, oder was? Nein. Hat er dich geschlagen? Nein. Okay. Vorsicht, da geht wieder auf dich. Geh weg. Ich weiß nicht, ob ich hoch zu dir komme. Keine Ahnung. Ich bin hier auf die Steine geklettert, hier auf diese. Na gut, okay. Dann muss ich erstmal neben Skopion vorbei. Geh weg. Ich kann versuchen, ihn nach links zu rücken, ey. Geh weg. Hier, jetzt bringt es nichts mehr. Nein, ach da. Ich seh den Weg, glaube ich. Nein? Geh doch nicht. Okay, ich hab's geschafft, hu hu. Huuu hi. So, warum sind das alles normale Steine? Ich mein, das sieht aus, als würde es hier Eisen geben. Ja. Ja, hier ist Eisen. Ja? Oh Gott, oh wow 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 wow. Oh, das sieht so cool aus hier. hier ist ordentlich eisen jeweils entfernt cool ist das ja hier ist eisen und es sieht alles so schön aus es glitzert so ich würde sagen wir gehen jetzt mal in das gebiet wo ich damals gestreamt habe was sagst du dazu ich denke das war das anfangsgebiet aber da gibt es eine coole höhle die wir untersuchen können wo ich nicht reingegangen bin damals das ist so hammer aus ich will ja eigentlich gerne mal gucken was das blaue da alles ist ja da können wir ausbauen echt cool okay dann ist okay das reicht mir schon als info so wo sind wir jetzt eigentlich gewesen damit wir wissen wo das eisen ist da auch gott sehr weit weg von unserer basis ja wir gehen jetzt dahin was ein bisschen näher und sicherer ist ich gehe ganz normal ich glaube gar nicht ja gut ich hab ja aus versehen auf laufgeschwindigkeit ja ich habe 7,5 prozent auf laufgeschwindigkeit aus versehen weißt du noch nach dem reset daher stimmt stimmt da war was ach ja und hier ist es so schön freundlich kann aber auch daran liegen dass es jetzt gerade wieder tag wird und vor allem die ravenger sind echt nur bei uns ne krass aber dafür konnten wir einzüchten beziehungsweise fangen besser gesagt züchten ja züchten noch nicht das kommt noch hoffe ich jedenfalls also natürlich kommt das noch jetzt sehe ich den namen nicht mehr die 7,5 prozent bringt voll ja normalerweise sprinte ich ja die immer hinterher aber und jetzt bin ich jetzt noch möchte ich echt machst du wie ich immer wenn du an feldern vorbeikommst immer schön alles einsammeln dann bin ich ja noch langsamer die hinterher nö du gehst jetzt lang und drückst die ganze zeit y gut wäre hier ein weg ist einfacher gewesen aber nebenbei hätte trotzdem keine zeit zu essen wenn ich hinterher laufe ja lass uns hier mal kurz ein bisschen sammeln mal ein paar pilze für wasser und so sobald wir eh gleich am wasser sind ja ich finde die wasser pilze bringen irgendwie gar nichts also ich hab jetzt ja gut ein zehntel wasser für für drei pilze oder ist gerade was richtig schönes verpasst baby aber so richtig gut und was habe ich denn dass das denn ist das ein rucksack extra laut im rucksack lustig das für cool okay also gucke nicht nur kisten sondern tja bianca so ist es aber was zu tun hat so level ab das war richtig das war richtig schön also wenn du die 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 nachbereitung siehst guckte das echt mal an das sah so geil aus noch gott so level 25 erst warum läufst du denn schon wieder weg ich weiß wirklich weiter ich hab noch nicht mal gegessen oh gott das waren keine aquapilze sondern ich schlafe jetzt eine runde lass dir zeit beim einsammeln meine anzeige ist voll meine sternanzeige echt ach du scheiße das kann jetzt ein paar minuten dauern ansonsten wenn du die weißen dinge hast komm zu mir und fütter mich obwohl ich müsste auch selber welche haben komm zu mir und fütter mich habe ich nicht komm zu mir öffne mich und fütter mich mit meinen bären die ich drin habe ach so okay ich komme jetzt zu dir und öffne dich ja schneide dich auf ihr habt alle gehört und ja bianca aber eigentlich nur guck mal wie er da liegt ja gib mir die weißen bären verdammt nein ich finde das lustig wie du so liegst du hast doch da hast du euch mal gerade zu sagen du hast gar keine weißen bären entfernt was du sollst mich füttern ach ich hätte das ach bin ich blöd ja ich hätte die jetzt wahrscheinlich gleich selber gegessen ich finde das halt total komisch dass ich dich ähm ja füttern kann ja also aus deinem inventar heraus ey dankeschön ich bin aufgewacht ja ja ich hätte dich auch gerne noch so liegen lassen da ist irgendwas gerade vom bübel gefallen das ist nicht cool so aber ich habe immer noch hunger ich hasse es das ist nicht gut das ist so ein tausfüßler die sind giftig guck mal hier leuchtende scheißhaufen oh rüstung warum findest du den immer oh gott was ist das denn pelzjacke ich habe eine pelzjacke gefunden weißt du sowas er findet das immer das ist so nervig ja stinkende sachen ziehe mich an ja und dann ziehe ich sie an ja cool eigentlich kann ich jetzt anziehen obwohl so eine pelzjacke wäre mir glaube ich noch ein bisschen zu warm irgendwie sieht das hier nicht ähm freundlich aus wo sind wir jetzt hier oh wir sind oh was wir müssten eigentlich hinter diesem berg ja gut versuchen wir immer rumzulaufen aber guck mal wir sind wieder an den blauen Pilzen ich kann jetzt Bianca zeigen was 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 ich meinte siehst du Bianca weiß wie ich bin ich erst alles alleine so da ist ein paar das noch ein bisschen gas wir haben noch nehme ich jetzt aber nicht mit deswegen finde ich die anderen haufen immer weil die knochen alle liegen lässt ja die sind schwer hast du mal gesehen wie schwer die sind keine ahnung also ich hab jetzt da keine probleme mit drei knochen was was ist das denn ich glaube ich hab den Yeti gefunden den Yeti? ach da wie geil okay was macht der denn da? der sieht lustig aus der sieht wirklich lustig aus so wo sind wir mal merken okay am anfangsgebiet so wohnen die Yeti merken ja ihne Schnicke ach das da hinten ist wahrscheinlich das radioaktive Gebiet von was mir erzählt wurde gucke mal da Bianca das da das da hast du verpasst sieht das geil aus oder sieht das geil aus? da waren wir halt irgendwo auf der anderen Seite und haben darunter geguckt siehst du huhu Glitzer ha ja wir müssen zurück die Welt ist einfach so geil überall leuchtet es hm hm was denn die Schnicke hat gekackt und zwar äh hat es gekackt wo ist das? da äh achitana passte achitana ausscheidung die chemischen zement ähnelt sie kackt zement aus cool aber füttern kann man sie nicht schade ja bestimmt zehn oder irgendwie auf die Schulter liegen kann ich mir gut vorstellen jetzt stelle ich mir gerade vor wie Zero dieses schleimige eklige Vieh auf der Schulter hat weißt du diese Bullpings sind ja noch süß ja aber ne Schnecke die Zemente der die auskackt alter Schöne die schleimt dich aber währenddessen trotzdem voll ja gerade das zement ist voll der schleimer schleimer vielleicht kriegst du sogar Bonusrüstung dafür wer weiß schleimer nichts wirklich gar nichts ähm ja und so weiter ja oder das ist doch absolut nix äh wo man sagen könnte ja ok was ist zement? scheißegal zement ist voll schwer zu bekommen wieso das kann man doch herstellen ja aber ich weiß nicht wie deswegen ist es schwer ach vorsicht wenn du hier in der Mitte durchgehst rechts und links ist einmal so ne so ein komisches Ding ja ich seh grad jolo wir wollten eh nochmal sterben ne na doch laufen wir rum ich mein es gibt ja nur einen Weg also von daher schneller ich werde verhungern und verdursten also mein Durst ist halb voll nein ich muss ja immer hinter dir her sprinten ich habe ich habe ungefähr zehn Pilze gegessen dann war mein Durst voll wo bist du denn? komm doch runter ähm ja ich bin da gucke ähm Bianca ja hab ich ich kann ja auf dem Balkon wo man nicht so lange liegen weil da direkt die Sonne drauf kommt und ich eigentlich so instant Sonnenbrand kriege sozusagen also ich habe auf jeden Fall die Aula zugemacht was 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 fuck ist genau vor mir runtergefallen es hat mich anvisiert lauf hä was denn? ja so ein Ding lauf einfach iiii 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 wir wollten wir nicht irgendwie ich weiß gar nicht wo du bist ich bin weiter zurückgelaufen na jetzt tötet es mich ich lauf einfach irgendwo hin ich hab keine Ahnung wo du bist ja ich guck wo du bist jetzt äh ich lauf jetzt einfach unter dieser Brücke durch und wenn ich sterbe dann ist das so ach da hinten läufst du ja du läufst richtig ich hab keine Ahnung weil wenn ich jetzt zurückgelaufen wäre da sind ja die anderen beiden ne ist alles richtig bleib stehen bleib stehen alles ist gut alles ist gut sicher nicht dass er mich jetzt immer noch verfolgt ne komm komm soviel zur Aufmerksamkeitsspanne von Dinos ich bin jetzt verhungerisch wieder hey ach ist das schön verhungern ist immer das Beste an diesem Spiel also ich hab ein paar Sachen für dich wenn du möchtest ja ich hab auch was aber wobei ich hab eine Sache ja ähm ja sag ich ja und er läuft weg ne ich sag mir die Sachen ach so ja 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 genau so Bianca genauso also ich mein ich werd schon ein bisschen braun aber nicht ohne vorher nicht irgendwie ein bisschen rot zu werden ich hab einfach keine Chance ich schon ich werd nur braun so alle Bären aufgegessen keine Ahnung ob das was gebracht hat auf Dauer ich hasse es mich von Bären zu ernähren können wir weiter oder was ne die Büsche noch so halbwegs abformen und dann so so ich komme ich kann die noch rein schaufeln hm okay wir laufen richtig dieses Mal so hello oh ich hoffe ja irgendwie die ganze Zeit dass wir noch ein paar mehr von diesen von diesen Notizen finden das wäre richtig cool mhm wobei die die Tasche gerade eben war richtig auffällig war ja ich dachte so ähm was ist hä ein Rucksack so ein Rucksack ja Vorsicht gerade nur links hello oh ein Rional ein R sambals ich habe mit mir was ist was ist die ist Zeit